Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Flix. In diesem Video nehme ich euch ein bisschen mit hinter die Kulissen von meinem interaktiven Video vom letzten Jahr. Ich zeige euch die besten Outtakes. Falls ihr das interaktive Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne hier in der Infocard vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ich habe jetzt da gefilmt und da und jetzt fang einfach hier wieder an. Okay und jetzt gehst du da runter. Okay, sehr gut. Stark. Jetzt. Ja, ich hab dich. Wir gehen ja in einander mal. Irgendwo wo eine Mauer ist einfach. Dann kann man das dagegen machen. Wo ist denn eine Mauer? My way. In der Mauer. Ich bin jetzt hier wieder in Berlin, wo ich letztes Jahr auch schon einmal versucht habe die Treppe runter zu laufen. Da habe ich nur bis zur Hälfte geschafft. Und dieses Jahr versuche ich jetzt die ganze Treppe zu schaffen. Mal sehen ob ich den ersten Versuch schaffe. Ich hoffe schon. Ich bin ganz guter Dinge. Jetzt kommt der Roller oder was? Die kommen von rechts ein Auto. Jetzt kommt schon wieder ein Auto. So ey. Hallo hier ist Felix. Hallo. Ich wollte fragen ob das auch noch so in einer halben Stunde geht. Und 12 kommen können. Ja. Gut. Bis gleich. Tschüss. So jetzt. Jetzt einfach beeilen mal. Junge bist. Junge. Jetzt. Wiener przykład. up. Junge. wanderlos belief你的CARGeneres